Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wer bei der Reinigung von großflächigen Fenstern und Fassaden Wert auf eine saubere Umwelt legt, ist bei der Service Taxweiler GmbH & Co. KG garantiert an der richtigen Adresse. Das innovative Unternehmen in Leipzig bietet verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung und hat sich besonders auf Fenster und Fassaden spezialisiert. Dank einer besonderen Reinigungsmethode mittels Umkehrosmose kann die Aufbereitung ohne chemische Zusätze erfolgen. Das praktische Teleskopsystem ermöglicht es, auch Solaranlagen professionell zu säubern. Dabei stehen für das junge Team ganz klar die Umweltverträglichkeit sowie der ökologische Fußabdruck im Fokus. Zahlreiche zufriedene Unternehmen von nah und fern sind von den ökologisch nachhaltigen Verfahren begeistert und schätzen den erstklassigen Rundum-Service. Service Taxweiler – Ihr Experte für Fensterreinigungen in Leipzig.